Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von FirstCastTV. Alec ist dabei. Guten Morgen. Felix ist dabei. Und wir gehen heute auf Winterhechte in Kleingreben, in Poldergräben. Alec, you brought us to a really nice place. Yeah. Do you think we catch something here? I'm sure we're gonna catch a fish here. It looks nice. It's a little bit clear. It's cold. It's really murky, but it's okay. It's a little bit clear. Now you can see the bottom a little bit. Yeah. It can be a bit worse. Yeah. Und wie in fast jeder Folge, gibt's hier auch eine Challenge. Und zwar, der, der heute am wenigsten Fisch fängt, das war aber ich beim letzten Mal, muss etwas essen, was die anderen beiden sich aus dem Supermarkt aussuchen können. Also was bestimmt Ekliges. Wird nicht so schlimm sein wie Surstroming, aber es wird lustig. Let's have a good day, Alec. Yeah. Felix. Good luck. Good luck. Alec. Good luck. Let's catch a fish. Das wird mein erster Wurf hier heute. Der wäre jetzt nicht so erfolgsversprechend, aber egal. You never know. Die rennen alle vor schon, ich muss mich beilen. Das Wasser sieht sehr gut aus, ich denke. Es ist nicht ein Ort, den ich noch nie fischte. Aber es ist perfekt, ich denke. Es ist ein bisschen klarer. Aber es ist meistens großartig. Es ist nicht gut, ich denke. Es ist der perfekte Mittelweg. Ich fische als einzigster den Mace Runner in der Größe M. Ich liebe den kleinen. Mit einem dreieinhalb Inch Trailer. Schöner kleiner Happen. Ich bin excited, ob hier was geht. Sieht schon sehr geil aus alles hier. Das Problem ist, zu dritt ist halt immer ein bisschen viel, wenn du in einem Spot angelst. Aber oft hat man hier beidseitig einen Polter. Und solange der nicht zu flach ist, kann man das nicht dann aufteilen. Fuck ey, ich hänge im Baum. Alex, kannst du mich helfen? Für einen kleinen Moment, bitte? Felix hängt schon wieder im Baum. Haha, der ist ein Typ, ey. Da hoffe ich jetzt darauf, dass er mir den lösen kann. Ja, Alec leistet vollen Körpereinsatz. Du kannst es nicht verlassen? Nein, ich kann es nicht weg. Ja, dann. Nein. Ja, wir mussten leider abreißen. Wir haben jetzt echt alles probiert. Alec hat versucht, das Ding irgendwie zu lösen. Haben wir leider nicht hinbekommen. Schade, ey. Nervt mich, ey. Nicht mal fünf Minuten geangelt. Vielleicht zehn Würfel gemacht und schon den ersten Abriss. Fuck. Da hängt der schöne Spin am Bett. Ich glaube, wir wechseln jetzt schon in den Spot, weil hier ging bis jetzt noch nichts. Aber da wird bestimmt noch ein Polder kommen, der einen oder anderen Fisch raus ausspuckt. Ja, wir gehen da hin. Wir fischen da hin. Wir fischen da hin. Es gibt viele schöne Polder da. Ja, kass. Run. Polder oder Polder? Oder Polder? Vielleicht beide? Polder oder Polder? Polder. Wir sind die Polder. Polder. Eine Stunde im Spiel, Dustin. Oh, das war ein perfekter Wurf. Wenn der nicht belohnt wird, weiß ich auch nicht. Ja, wir fischen jetzt seit einer Stunde und haben noch keinen Fisch. Noch nicht mal ein Biss. Aber ich muss sagen, der Spot sieht hier irgendwie ganz sexy aus. Ich hab hier ein bisschen mehr Vertrauen drin. Hey, Leute, eine Frage. Was passiert, wenn es gleich ist? Felix, Flo kann etwas für uns wählen. Ich denke, wenn Flo nicht nur ein Leben zu filmen kann, dann muss er auch essen. Ja, ich glaube auch. Das ist eine gute Idee. Keep the GoPros running, Leute. Nein, nein, nein. Mit der Hauptkamera, mein Freund. Das ist eine gute Idee. Sehr schön. Ja, Fisch. Ah, ich habe es geschafft. Aber es war klein. Es war etwa 40 cm. Was macht sie wieder? Aber es war noch ein Biss. Insofern sah es wie ein Biss, aber es hat keine Biss. Das sind Biss. Insofern ist es ein Biss. Es war ein Biss. Ja, ein Biss. Biss. Es war ein guter Pfeil. 75-80 Meter. Wirklich? Ja, ich habe den ganzen Pfeil gesehen. Der Köder hält natürlich viel besser. Der zweite, der Köder ist nicht so versteift, spielt viel besser als Trailer noch. Sieht man, er hängt so im Wasser, hängt er natürlich nicht so runter. Aber hier sieht man, der ist frei und kann spielen links und rechts und so weiter und so fort. Und ein großer Vorteil ist, der Haken sitzt frei. Was ich immer noch mache, ist so einen extra Haken hier ran, damit ich noch ein bisschen bessere Bissausbeute habe. Dann hier einfach den Knoten lösen, zurück in die Box, nächste Köder rein, durchs Öhr schieben, Knoten zuziehen. Und fertig ist. Super schnell, super easy, gut gemacht und man braucht keine Snaps. Guckt, wie schön der Trailer hinten spielt. Perfekt. Ist auch gut, einen Predator als Trailer zu nehmen, weil der nicht so eine Riesenaktion hat. Also es ist wirklich hinten schön mit dem Schwanz. Geil. Oh, eine schöne Farbe, Mann. Ich bin dran, also ich muss es loswerden. Eine Frage? Du schaust über die Fense? Ja. Du schaust dich nicht. Na? So, während die Jungs versuchen den Köder da zu retten, angeln wir hier noch auf der Seite. Mal gucken, ob da was drin ist. Ich bin jetzt kein ausgewiesener Polderexperte, aber so Dreckansammlungen in der Ecke sind meiner Erfahrung nach immer gut. Darunter stehen die Hechte. Deswegen langsam anpirschen. Passt auf. Schön drauf bleiben. Das ist so klar. Und dann fange ich jetzt einen Fisch. Oder auch nicht. Hätte ja sein können. Was mir auch wichtig ist, noch mal zu sagen, man sieht, der Polder ist hier 50 cm tief. 70 vielleicht. Eher 50. Und ich fische hier trotzdem mit 18 Gramm. Also fast den schwersten Maze Runner von uns. Viele fischen immer total leicht. Kann ich nicht nachvollziehen. Ich fische lieber schwer. Erstens kann ich das Kraut besser freischlagen. Zweitens werfe ich damit weiter und genauer. Und er läuft stabiler. Das heißt, hier in 50, 60 Zentimeter tiefem Wasser kann man 18 Gramm auch easy fischen. Und ich brauche nicht zu schnell fischen. Weil man sieht, ich fische hier total langsam quasi. Mit der Route kann ich das noch variieren, wenn ich sie hoch stelle. Ist das ein Fisch? Ich habe einen Fisch. It's a perch. Ne, ist ein pike. Fisch. Ist gar kein kleiner. Ich mache mal schnell Leader Touch. Zählt dann für unsere Challenge. So, Leader Touch. Die Jungs sind leider weg mit dem Kescher. Deswegen muss ich den so anlanden. Aua. Die haben auch eine Power. Normalerweise sind die doch gar nicht so stark hier. So, da ist er. Und zwar kein ganz kleiner für den Polder. Ist das nicht geil? Ist gerade noch erzählt. So, und der hängt hier tatsächlich. Oh, der hängt aber gut. Oh, der hängt gut. Oh, der ist kräftig. Beruhigt dich, Bro. So, schöner Fisch. Der erste für heute. Gar nicht so klein, ne? Eighty. Fertig. Winterpike. Geil. Gute Arbeit, Dustin. Wenn wir beide, Helix und ich, abgerissen haben, sind wir hier eingeholt. Ja, das Gute ist, dieses Jahr, now I got my Fisch last year. I release it real quick. Ich lasse ihn schnell frei. Oh, was für ein wunderschöner Fisch. Oh, guck mal, wie rot der gefärbt ist hier. Und der war kräftig. Hat einen schönen Drill gemacht. Guck. Und wo geht der Rill rein? Natürlich direkt unter das Kraut. Geil. Nice job, dude. Happy, happy, happy. Die beiden haben abgerissen. Und ich muss schon mal nix essen. Ah, livebiss? Livebiss. Oh, nice. So, he is not, I'm out. He don't have to eat today. We will catch him. We have enough time. Dustin usually doesn't really catch a lot of pike. And Alec knows some secret spots here. He is the local. Yeah, I'm, yeah, because I live in the Netherlands, I'm the local. Ich meine, ich habe es jetzt schon hundertmal gesehen und hundertmal ist es passiert. Trotzdem ist man immer wieder erstaunt, was für schöne Fische in solch kleinen Gräben sind. Der ist klein. No way, dude. Leader Touch. So, Leader Touch, der zählt auch. Ah, der ist klein. Der will nochmal ein Hecht werden. Aber Maß hätte er im Wettkampf auch. Ah, ein kleiner Süßer. Und wieder am extra Haken, am Stinger. Da ist er wirklich sehr kleiner. Aber der zweite Fisch. Alle voller Egel. Der darf sofort zurück, der kleine Gute. Und manchmal macht es echt Sinn, die Farbe zu wechseln. Hier, Gold. Gold E, eine meiner liebsten Farben für Hechte, muss ich sagen. Habe ich, als ich mit Flo unterwegs war, auch mal gesagt, ich bin ein absoluter Gold-Fan, wenn es um Hecht geht. Große. Danke. Ich sagte, die Holländer sind super nett und supportive. In Deutschland hätten sie sich wieder doof angeguckt. Er sagt, geh zur Brücke. Da sind noch größere. Fisch Nummer zwei. Supergeil. Der Poller scheint hier gut zu sein. Und hier, ihr seht, es ist sauflach. Ich fische 18 Gramm. Das funktioniert super. Lass mal schnell. Bei der Brücke ist alles voller Weißfische. Ich sehe die von hier schon. Jetzt leise, leise. Ich habe hier einen Hecht rauben sehen. Ich gehe gar nicht so nah ran. Der hat da geraubt. Oh, guck mal, da ist Futterfisch. Hier kann es knallen. Das finde ich bei Poller immer toll, wenn man reinwirft und man sieht schon, wie der Futterfisch so weg schwimmt. Das ist für mich immer ein gutes Zeichen. Junge, die sind immer noch am Knoten, die Jungs. Viertelstunde vorbei. Mir soll es recht sein, ey. In der Challenge ist jede Minute wichtig. Ja, ja, ja. Zwei Mann Köder abgerissen schon. Drei Köder weg. Drei Nace Baits. Also wenn jemand sucht und Bock hat, Nace Baits zu bekommen, hier der Polder, dann könnt ihr euch ein paar aus den Bäumen pflücken. Oh, da kommen sie jetzt. Ich muss mich beeilen. Dritten Fisch securen. Wichtig, wichtig, wichtig. All right. Ready again. Watch out, Dustin. We're coming for you. It's okay. There was a spike, right there. Behind you, right? Yeah. Big one? But was chasing your lure? Oh, Baits. Baits? You are lying. No. I trust you. There's no bite marks. Yeah, but it was a bite then. I think it was a bite. Yes. But mine was really, I caught two now and I have not a single bite mark on my lure. Yeah. We finally found a piece of water that holds some pike. It's always in wintertime, it's just searching. And when you found them, you usually catch more and Dustin did so. So that's really nice. It shows that the theory works. Now we need to catch another one. You need to catch one. Yeah, I need to catch one. And Felix too. I don't want to eat crows shit. Look at the baitfish. So much baitfish. Look at it. Yeah. Oh, yeah. Nice strike. Crazy strike. It was a nice strike. Whoa. The baitfish. There was so much baitfish. Oh, the strike was so nice. And it's a nice fish. It's a good fish. You need a net? No. It's hooked really nice. Oh, that was such a nice strike. We were checking. We have all looked at the fish. Good job, man. Ah, finally. Push. Oh, I lost it. No way. Fuck, 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 fuck. Ah. Oh, nein. Fuck. Oh, it's already out. Yes. This is my favorite color. Super nice. I really like purple for pike. With this. I also use this for Xander. Like most of the time. This color. Like the natural color. That's the purple. It's like purple. Like a winter roach. It also has the purple. Sides to it. I really like it. Nice. And it produced fish. Look at this mouth. It's a really weird mouth. You see it? What? What a strange fish. Now only Felix needs to catch a fish. But what a crazy strike. Yeah, it was amazing. We were looking at it. Like all three of them. Yeah. And the pike took it. Super nice. All right. Well, we found them. So let's catch more, I think. Yeah, and I lost one. Shit. Yeah. All right. Bye bye. You know what's the funny thing? You saw all the bait fish. And then between all the fucking bait fish, the pike takes this strange looking lure. That's so weird. This is better than the bait fish. Yes. And I lost one. Yeah. Shit. It's so cool. You see the bait fish? I said, look at the bait fish. Made a cast. Caught a fish. And you lost one in like four square meter. Yes. But it would have been good for me to have three. Yeah. Because I don't want to eat shit from the supermarket. Hey Felix. I think Felix has to. I hope so. Felix, let's go. Whoa. Was that a pike? A big one, right? Oh, there's a pike behind it. Oh. Oh. Fish? Yeah, there was a pike behind it, following it. Ah, I had a bite. I had a bite. Oh, I scared him, I think. Oh fuck. Shit. Oh shit. Oh, look, look, look. Right behind my lure. Fish, fish. Got one. Oh, nice. Big one? No, a small one. But it's a fish. It's nice. Good one. Same size that I just had behind it. But the one behind it was like there. I caught it right there. Nice. Trailer hook. So I'm glad I used it. Purple color again. So nice. Tiny little polder pike. Such a nice little fish. I really like to fish them with the lighter setup. No heavy big rods. I hate it. Small set up. Light rod. Light baits. Good fight. Good fight. Thank you. Dustin. Yeah. It's a tie right now. So 2-2. Aber das finde ich alles nicht schlimm, solange ich nicht die wenigsten Fische habe. Aber man merkt schon, es wird verbissener. Man ist hier am Spot, kommt direkt der Nächste, knallt seinen Köder runter und so weiter. Also, alle wollen dann doch gewinnen, obwohl das nur so ein Freizeitangeln ist. Naja. Oder was heißt gewinnen? Wollen nicht im Supermarkt irgendeinen Scheiß essen. Kann ich auch verstehen. Ich habe einen verloren. Das hätte Nummer 3 sein können. Du fährst ihn. Du fährst ihn. Du hast einen extra Huck, nicht wahr? Ja, ja. Oh, ein Fisch! Nice one, nicht wahr? Ja. Das ist ein großer, nicht wahr? Ja. Der ist größer als der letzte. Der nächste? Der nächste? Der nächste? Oh Mann, Alter. Ich krieg nichts auf die Kette, ey. Felix, kannst du kurz das Nettchen draus holen? Der größer? Ja. Fisch! Ah, lost it! No way! Ah! Ah! Another strike. Another strike. Two strikes in one. Ah, das ist nicht groß. Das ist gut. Das ist ein schöner Fisch. Wow, look at. Look how he took it. Like no tomorrow. Like this, no tomorrow. Nice. Thanks. Nice. Wow, nice fish. Very fat one and very dark. That is the biggest pipe from today. Alright, show the other side. It is a bit more prettier. Ah, so nice. I love polderfishing. This color. Purple. Fits perfectly with the winter roach. Super nice. Bye bye. Nice. Felix. Felix wird nervös. Felix. Das wirkt, als wärst du nervös. Als würdest du nervös werden. Bin ich tatsächlich auch. So langsam steigt der Druck ganz schön. Ja, Jungs. Die letzten Tage habe ich absolut keinen Lauf. Und heute geht es genauso weiter. Nein, du musst motiviert sein. Heute kommt noch was. Bin mir sicher. Ich beiße die Zähne zusammen und streng mich an. Das sind nur zwei Fische. Richtig. Fuck you. Hier schwimmt gerade einer rum. Bleib stehen, wo du bist. Ich hab den jetzt schon fünfmal über den Kopf gezogen. Nee. Ah, der ist. Ja. Alter, mein Herz. Das wäre meine Entschneiderungsnummer gewesen. Der ist auch schön hinterher. Echt? Ja, ja. Der ist immer noch da. Oh. Big one? Oh, mein GoPro war nicht. Oh, das ist ein großer Fisch, oder? Ja, ein schöner Fisch. Mein GoPro war nicht. Warum nicht? Oh. Bro, warum nicht? Es war unter der Brücke, oder? Ja. Put es in, Bro. Take es. Es ist dein Fisch. Oh, nein, 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 nein. Du hast ihn verloren? Nein, noch nicht. Aber fast. Oh. What the hell? Wow, das war eine schade. Oh. Oh, das ist wirklich tief. Kannst du mir die Plyer geben? Oh, das ist wirklich tief. Okay, der nächste Fisch. Der vierte für mich. Sehr schön. Der Fisch. Legt gut los. Ich habe zwar jetzt zwei, drei Fische, glaube ich, noch verloren, aber er hat vier auf dem Board. Hoffen wir mal, dass bei mir noch einer kommt und Felix jetzt nicht total loslegt, weil sonst muss ich die Scheiße essen. Ich weiß es nicht. Ich bin Deutschland, richtig? Ja. Ich habe die Vispass. Ja, aber in der Auto. In der Auto? Aber ich habe die App auf meinem Telefon. Ich weiß nicht, ob Sie sehen. Wenn Sie mir die App sehen, dann können Sie die App auf der Auto gehen. Aber wir können zurück in der Auto gehen, wenn Sie wollen. Nein, nein, nein. Wir haben eine Rede, die Leute waren über dich, weil du auch in die Stadt wirst. Ja, wir wurden gerade von der Polizei kontrolliert. Das bestätigt wieder meine These oder mein Gefühl, dass es hier in Holland einfach toll ist. Wir haben unsere Fischpresse im Auto vergessen. Wir haben die App gezeigt. Wir waren super freundlich. Wir haben gesagt, ja, ihr seid Fischermans. Das sieht man. Angelt weiter, viel Spaß, fangt einen dicken Fisch. Geil. So muss es sein. Ich habe es. Da ist es. Ich nehme es. Alec, ich mache es jetzt. Ich nehme es mal an. Kommt hier, komm. Wir werden es erwarten. Wir werden es erwarten. Ja. Ja. Wuhu. Danke, mein Mann. Seid. Sehr gut. Hier, ich hole dich auf. Nicht der größte, aber mein erstes für heute. Endlich. Oh oh, jetzt wird's für mich gefährlich. Bist du schon Angst? Ja. Oh, ich bin happy. Jetzt muss ich noch anfangen, um an Dustin vorbeizuziehen. Nee, erst mal, dass ich auf Dustins Level bin. Und dann noch einen dritten, dass ich an ihm vorbeiziehe. Aber ich bin kein Schneider, das ist schon mal wichtig. Das fühlt sich echt gut an. Thanks, my man. Really well done. I think Dustin is getting a bit scared. He's stressing out a bit. I think you're gonna, yeah, if you need one more pike, you're even. I think Dustin is gonna eat the worst shit tonight. He's gonna eat some dreadful stuff. Na? Ich bin dir auf den Fersen, Großer. Boah, eben noch fast am Heulen und jetzt eine große Fresse. Ah, nicht große Fresse. Ich sag nur, ich bin dir auf den Fersen. Zieh dich warm an, mein Lieber. Ich bin echt warm angezogen. Ey, aber schön, cool. Ja, danke. Hat gut getan. Ja, merke ich. Es ist gut, dass jetzt wieder jemand dabei ist, der auch gute Laune hat. Ja. Gut gelaunt, fang ich gut. Ja, ja. Oh, nein. Maybe I can cast from the other way. That would be nice. Oh, Dustin ist gehandicapt. Das gibt mir so 10, 15 Sekunden freie Bahn. Ich geh gleich weiter nach vorne und probier mein Glück. Stop it, stop the time. It's gone. You pulled it. Ja. I was trying to save it. Ey, die Fucker haben mein Vorfach genommen. Und jetzt hab ich nix mehr. Ey, Felix. Ich muss dir leider das Stahlvorfach abnehmen. Äh, das Hartvorfach. Nein, da ist noch ein Stück. Dustin, wie fühlst du jetzt mit Felix Fischung? Und du bist jetzt wieder weggezogen? Natürlich, das ist scheiße. Ich will nicht schreckliche Dinge aus der Verkaufstelle essen. Also, ich muss aufhören. So, Dustin ist gerade am Montieren. Die Zeit nutze ich. Hoffentlich knallt es jetzt. Das wäre jetzt genau meine Chance, um aufzuholen. Weil man darf auch nicht vergessen, die anderen beiden Fische, die Dustin gefangen hat, die hat er auch gefangen, während Alec und ich montieren mussten. Aber das ist keine Ausrede. Ja, bis jetzt hat Felix die Zeit nicht genutzt. Zehn Minuten hat er Zeit gehabt. Ich bin jetzt wieder startklar und greif an. Mal gucken, ob das geht. Wir müssen sie wieder finden. Wir haben sie verloren. So, jetzt haben wir hier den ganzen Stretch abgefischt. Und wir lassen den Platz, oder? Ja. Wir versuchen eine Stadt weg. Für einen wirklich großen Fisch. Ja, ich fischte. Gib mir einen Bump. Komm schon. Oh, sorry. So, wir sind hier am nächsten Spot. Und guck mal nach da, wie geil das aussieht, ey. Richtig, richtig schön hier. Wie so bei Harry Potter. Irgendwie eine, ich weiß nicht. Verwunschene Stadt. Aber hier, er ist auf jeden Fall nach Terror. Und hier, ich fische. Auf jeden Fall. Das sieht schön, nicht wahr? Das sieht man gut aus. Ja, was ist das? Das ist ein wirklich großer Fisch. Ich weiß nicht, wo wir sind jetzt. Aber wie Dustin sagt, das ist ein guter Spot. Ich glaube, das ist ein großer Fisch Spot. Und nicht so viele Nummern. Aber wenn wir einen fisch haben, wird das eine fisch. Das ist eine Bedeutung der Mutter von einem Hecht. Hast du einen Biss? Nein. Warum nicht? Fisch? War das ein Biss? Ja, es war etwas. Vielleicht hast du einen Karpfen gebrochen. Ja, etwas. Es war definitiv etwas... Fisch. Oh, ein Fisch! Entschuldigung, Bro. Du hast es in der Bedeutung. Ich hatte den Bedeutung und er hat es. Ja, du hast vorher den Biss. Oh, der Bedeutung von heute. Ja. Es ist über 80. Sehr guter Fisch. Okay, wir haben es. Das ist meine. Entschuldigung, Mann. Ja, es ist ein schönes Biss. Ich bin nicht sicher, ob es der größte Biss. Aber ich glaube, es ist die gleiche Größe als die anderen Bisschen. Ein guter Fisch. Super cool. Ich bin in der Mitte der Stadt. Und es ist ein Bisschen hier. Es ist auch ein Bisschen. Es ist ein Bisschen. Es geht nicht. Es ist kein Problem. Es ist okay. Okay, ich lasse es mit dem Bisschen. Ich denke, das ist ein bisschen besser mit dieser Höhe. Ich bin in der Mitte der Niveau. Ich trace den Bisschen. Ich mache es weiter. Das sieht so gut aus. Ein bisschen zu... Nein! Nice! Es ist 2-2 jetzt, verdammt! Ja! Schön! Schön! Gut gemacht, Mann! Ein wirklich schöner Fisch! Das heißt, noch einen Fisch fangen, um an Dustin vorbeizuzählen. Aktuell müssen wir beide noch was essen. Der Kollege darf hier gleich wieder zurück. Und hier auf der Seite, in dieser Umgebung. Ja, ja! Ja, ich habe einen! Leute, ich habe es gesagt! Das war so cool! Das war so cool! Weil ich zu Dustin gesagt habe, schau mal an den Korn. Du solltest es dort drücken. Und Dustin schaute ihn unter der Brücke. Also habe ich hier einen Kasten gemacht. Und in etwa 2 Sekunden. BANG! Good job, mein Mann! Und das ist gleich der nächste Fisch! Jetzt geht es Schlag auf Schlag! Das ist verrückt! Es gibt so viele Pikes hier. Oh, ich habe es, endlich! Ja, ich habe es! Ja! Nice! Good job, Alec! Ah! Super cool! Super cool! Of course! Super cool! In der Mitte der Stadt. Ja! Es ist ein cooles Scenario. Ja! Es ist ein cooles Scenario. Und so viel action! Insane! Ich will noch einen, also ich werde es schnell mit dem Korn. Mal wieder sehen! Ciao, ciao! Awesome! Das ist sehr tief hier. Ja! 1,2 Meter, glaube ich. Ja! Das kann man bei der Hand bedienen. Oder? Fisch an! Oh nein! Oh nein! Ich hatte einfach nur den Köder im Wasser. Ja! Ich sah es! Und da ist ein Fisch drauf! Du gehst es! Du gehst es! Du gehst es! Nein! Du gehst es nicht! Du gehst es nicht! Du gehst es nicht! Nein! Lass es sinken! Das wäre meine Chance gewesen! Big one? Es war ein riesiger Schwirr! Es war auch ein riesiger Schwirr! Es ging auch! Oh! Es ist dich! Sorry! Oh! Es war hinter meiner Lur! Warte, warte, warte! Schau! Oh! Ich habe ihn gefangen, wenn Dustin nicht! Ja, aber ich habe auch meinen gefangen, wenn du es nicht gefangen hast! Oh! Lass-Minute-Presure! Für dich! Nein, für die beiden! Die beiden! Die beiden! Und da ist dieses große Pfeil! Du gehst Felix's Lure! Das ist meine! Er ist immer noch hier! Aber vielleicht ist es jetzt ein bisschen zu viel Druck! Ich meine, er ist hauptsächlich! Fuck off! Ich habe auch schon 3-4 verloren! Ja, aber ich habe gar nicht geangelt! Ich habe einfach nur an diesem Rad herumgespielt! Das ist so krass! Und er hing auch kurz! Ich habe Widerstand gemerkt! Ich habe hochgeholt! Ich habe gedacht, ich hänge im Ast oder so! Wahnsinn! Wenn es ein TIE ist, müssen sie beide essen, was ich wählen werde! Ich denke, es wird etwas schreckliches sein! Wie fühlst du Felix mit dem Fisch verlieren? Das war sehr schlecht! Das war meine Chance! Ja! Das wäre meine Chance gewesen! Boah! Wie careful! Und hier ist der Spot, wo ich gerade meinen drauf hatte! Mein Biss! Und Alec den gefangen hat! Noch mal gucken, ob da was beißt! Ich denke, wir werden noch einen Biss catchen! Einen neuen Spot! Hast du einen Biss? Nein! Aber ich denke, wir werden noch einen Biss catchen! Aber wir müssen nach dem anderen Spot gehen! Ja! Lass mich mal durch, Willi! Ich habe keinen Spaß mehr! Auch meine Ehre! So schlecht gefangen habe ich schon lange nicht mehr! So schlecht gefangen habe ich schon lange nicht mehr! So schlecht gefangen habe ich schon lange nicht mehr! Let's move on! Das war so ein schöner Wurf! Nix gebissen! Okay, weiter geht's! All right! I think the sun has set already! So it's half an hour, 30 minutes to get a nice fish! We also, yeah, we just arrived at a spot, it's a bit bigger here! A little bit deeper too! So if there's a big fish, he must be here! I hope! We'll see! Justin, what are you doing? Fishing! You're lucky! Fish? Yeah! No way! No! No! Dude! I have it on the camera, I have it on the GoPro! Haben wir jetzt ein bisschen Glück gehabt gerade, dass Felix ihn verloren hat? Die letzten Minuten laufen. Ich denke mal noch so fünf bis zehn Minuten und dann ist wirklich Schluss. Ja, noch würde ich sagen, ist, wie sagt man so schön, geteiltes Leid ist halbes Leid. Aber vielleicht kriege ich mich irgendwie noch aus der Nummer raus. Aber die Chancen stehen nicht mehr allzu gut. The guys are going crazy. Dustin is trying to be cool, but he isn't. Like, inside, he was boiling of stress. Pure stress. All right, guys, it's five o'clock, guys, lift your lures up, the game is off, it's done. Bestrafung für uns beide, Scheibenkleister, but actually, Alec hat uns ja mal so nass geangelt. Very good. But when I'm fishing with you, it's always shit for me, we should stop fishing together. I'm sorry. Hey, aber es war ein geiler Tag, jetzt geht's daran, die Strafe zu bekommen, aber wir wissen noch gar nicht, ich gucke, wir sind gespannt, was Alec aussucht. Ja, I think we're gonna do it together. Wir sagen schon mal Tschüss, ne, wenn's euch gefallen hat, wie immer, liken, kommentieren, abonnieren, freut uns natürlich, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao! Alec! Yeah, we're going to the supermarket, do something nice. I was just calling with Daniel and we could also maybe choose the, like a wasabi or something, like a whole tube of wasabi in your mouth. Or we choose the herring, which is also dreadful, terrible. Okay, this is option number one. I think this is the good one. Cat food, you know what it says on the back? Flesh and animal byproducts like brains and stuff and intestines. I think Dustin and Felix, we're gonna like it. What do you think? That will be tasty. Let's go for it. Let's do it. We'll get the spoons. I mean, they had a long, long day of fishing and they need something to eat. So it's perfect. Alright guys, I give you a spoon. Yeah, don't touch it. Oh, smell it first. Mmm. Mmm. Okay, one spoon? Yeah, one spoon. Yeah, nice. You too. Yeah. 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 I don't want it. Actually, I don't want it. Come, don't drink it. We said it. No. Come, I don't want it. No, I don't want it. No, I don't want it. Come. Eat it. Eat it. Come. No, you need to swallow. Come. 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 You need to chew. Goodbye. Cheers. Alex, thanks for the nice day. Thank you for the nice day. And we'll see you guys. Also, ihr wisst, das war's. Liken, abonnieren. Und bis nächsten Sonntag. Let's go. We'll see you guys. I'll be right back. Let's go. Untertitelung des ZDF, 2020